Hey Leute, Willkommen zu draconius go eine wie soll man sagen nachmache von pokémon oder eine verbesserung von pokémon das Wir uns gleich mal ansehen ich habe heute sehr viel gameplay aufgenommen das zusammen geschnitten und wir schauen mal rein Zwischendurch habe ich immer wieder mal monster gefangen und ja ich starte mal das video und quatsch dazu Hier habe ich begonnen ich bin level 3 wie ihr seht ich habe einen haustier mit so wie im pokémon go man kann ja den avatar Ausrüsten das ist mega nice das ist neu und es gibt artefakte also es gibt ein bisschen mehr als im pokémon go Dann kann ich eine haustier auswählen wie gesagt und das hier zum beispiel drei kilometer um ein bonbon zu bekommen wie im pokémon go da wie gesagt die fakte gibt es ja man schon gesehen Und das aussehen kann man anpassen Okay, ich bin zuerst im verlauf also den fall aufsteht ja dass sie gefangen haben welches der erreicht habe ich den pokestock Gedreht hat und so weiter aussehen kann man anpassen wie schon gesagt die schuhe die mütze man kann alles random machen man kann man frau Machen man kann ein zauberer sein oder so wie ich ein schurken mit zwei messern Man kann das sehr viel auswählen das finde ich mega nice Was haben wir als nächstes gemacht und zwar in der nähe gibt es natürlich auch wir sehen hier kann man die anklicken und dann kommt man überall hin zu Und da kommt schon das erste monster dass wir hier im video sehen ein kleines fücher ich sag mal so das fangen ist verdammt Mit diesem ball zu treffen ist wie weißen ob ihr am anfang pokémon go gespielt habt ganz am anfang Genau so könnt ihr euch das vorstellen da gibt es natürlich am items um die vorfangen chance zu erhöhen Um mehr süßigkeiten zu bekommen von ihnen und damit sie nichts herum springen die drei items habe ich freigeschalten schon Curveball gibt es auch wie ihr seht man kann schön im kreis drehen erhöht die fang chance wahrscheinlich so wie im pokémon go Ich kann nur mit pokémon go verleihen weil ich habe sehr viel davon gespielt aber das treffen Das hat mich so erinnert an die erste zeit von pokémon go bevor sie das update hatten es ist so schwer hier etwas zu fangen es ist Er hat mich so geärgert ich wurde ich muss sagen am schluss Und geflüchtet am ende des tages wurde ich immer besser Also nicht nur ausgebrochen am ende des tages wurde ich immer besser jetzt ist geflüchtet du arsch Es kann natürlich auch passieren Rechts um seht ihr habe ich seinen rauch aktiviert quasi aber das gute daran ist an jedem wochentag lockt der andere bestien an an jedem wochentag das ist mega nice da gibt es einen beutel natürlich wie gesagt mit bellen mit pheromonen mit schaufeln mit den ganzen süßigkeiten Die man füttern kann und mit einer eierbrut maschine gibt ja auch mega nice Dann was gibt es noch dann die geschöpfe wie gesagt das sind ja die monster die geschöpfe die pokémon anführungszeichen das hat schon sehr viel sich abgeschaut aber es hat auch viel besser gemacht ihr seht die stärke gesundheit das ist im kampf sehr wichtig Können wir auch pvp spielen dann könne ich kann es die power haben und wir können sie weiterentwickeln wenn sie eine weiterentwickeln haben Das hat dieses hier nicht und dann kann sich verschicken um eine süßigkeit zu bekommen Dann habe ich hier noch so ein frosch gefangen froschus durch sehr super namen der froschus Wasservieh sieht man in der mitte an der welle Und die attacken sieht man auch ganz unten was es kann mit was es angreift das hier ist einfach eine fucking wassermelone Von typ pflanze wie ihr seht in der mitte das am platz symbol Können wir entwickeln zum beispiel habe ich schon die zehn wir haben später auch entwickelt ich habe sehr viel gemacht heute feuerkralle das ist mein erstes monster das war mega nice ich finde es doch süß und cool irgendwie Irgendwie ist alles hier ein bisschen knuffiger ich habe noch nichts bösartiges gesehen muss ich sagen bis jetzt aber das sind die ich dann wahrscheinlich die ententwicklung und die eier ja kein zwölf herum tragen wofür die brotmaschinen braucht Es gibt auch spezielle eier die sehen wir nachher auch noch Das spiel ist mir ehrlich gesagt öfter mal abgestürzt heute also Das hier ist ein pokestop das heißt füllsäule da bekommt er ganz viele items das sehen wir nachher auch noch Und es gibt hier auch arenen durchgreifen arena geklappt dass die arena muss man ab erst ab 05 kann man die monster und da reinsetzen wenn sie frei sind und natürlich andere spieler rauskicken dass eine bibliothek das gibt es auch noch Bibliothek weil ich ehrlich gesagt heute noch nicht wenn wir das nächste mal ansehen was ein zweites video gibt da Ich sehe es mir waren da gibt es auch aufgaben natürlich und jagd also ich habe verschiedene ihr habt quests ihr habt was zu tun Mega nice es gibt magie auch noch hier ja sieht man sagt ich könnte magie nutzen ihr habt quest ihr habt jagd aufträge könnt rezepte suchen Ja es ist so nice es gibt so viele sachen was in pokémon go zum beispiel fehlen und da haben wir ein wunderschönen namen wieder Fangen ihr seht ihr das mal die ersten fangen versuche Hier etwas zu fangen ist hart Er braucht man kurz im bildschirm an tippen fliegt dabei schon rum es ist nicht so einfach es ist ich muss es ehrlich sagen es ist schwer Aber man gewöhnt sich daran wie gesagt meine letzten versuche dann heute im laufe des tages die waren dann sehr erfolgreich die waren sehr erfolgreich damals gefangen sieht man eine sterne mehr als erster Das erste pokémon was du davon bekommst beziehungsweise das monster gibt 1000 ep Kommt in das bestarium ich finde übrigens bestarium klingt besser als pok als pokédex bestarium ist von typ wind wir sind damit Er ist ein windzeichen super regenbogen dahinter übrigens man kann natürlich auch die monstern benennen habe ich hier mal gemacht Weil einfach so aus war habe ich ihn Alien genannt hat auch noch weiterentwicklungen was ich das jetzt schon zeige nein nach und level 4 erreicht wir haben rechts am schaufeln bekommen ja Schaufeln es gibt es so viele spezielle items es ist so groß das spiel aber sie steckt noch in den kinderschuhen das merkt man und die Wir sind in der nähe könnt ihr drauf drücken und mit direkt dahin geführt es geht von dann schnell wir sind so zack zack aufs nächste drücken aufs nächste drücken Es geht viel schneller und ist gut und darum sind die links dass der shop könnte ich bälle kaufen wie immer pheromone köder das sind die log module und so weiter und so weiter und so weiter und durch münz kauf war ja keiner ist ein free to play spiel man kann sich auch münzen hier Kaufen das sind ja die fakten die kann mit münzen kaufen zum beispiel man kann sie aber auch random bekommen Was haben wir noch dann was haben wir dann auch dann im beutel ja genau das ist es Es gab da jetzt gehe weiter runter man Zu schnell ich habe so reagiert egal da war ich zu schnell mit finger Da bin ich schon level 4 und ich bin 0,1 kilometer gelaufen bei einem kleinen weil nur kurz ab checken Dann gebäude besetzt haben noch keins wir sind in keiner reden aber ist in keiner bibliothek aber man kann einsammeln dort und da bin ich schon sehr gespannt Man kann geschöpfe monster in der bibliothek neu ausbilden wenn ich schon so gespannt was das spiel noch alles bringt Es hat halt so viel zu tun wie links haben genau die älter magier ist pvp er könnte gegen andere spieler spielen ist das nicht geil Ist das nicht gern würde ich kann die musik einschalten ton wie portion die sprache verbinden mit einem anderen gerät Und ja schon mal mega nice Da habe ich kurz gezeigt wenn man das handy nach unten hält wie ein pokemon go schaltet sich das display aus das ist auch nicht schlecht fand ich auch ganz cool Also wenn das handy nach unten haltet mit der bildschirm schwarzer spart die energie und da fangen wir schon wieder 1 das sieht so lustig aus Das ist ein süßes bärtchen der mich aber hart genervt also es ist so schwer hier was zu fangen es ist so schwer hier was zu fangen Oder es gibt mir erst mal getroffen und der fag first hit Es ist auch first try es wackelt natürlich hier wie im pokéball wir sind wackel wackel Nice first try gefangen Wenn sie aber jetzt zeige dir ich das bis dahin ich hoffe mal natürlich ein neues haben noch nicht gesehen der bartmann im bestarium eingetragen So und sie heißt da passt noch gut genau wie es bis dahin wird seht ihr es hat zwei weiterentwicklungen Das sieht man hier direkt das finde ich auch sehr cool Aber ich kann ein bisschen rumgelaufen Mit gps läuft ein bisschen rum mag mal wenn man ein gebäude ist Let's kurz lädt kurz kaum bewegt dich bewegt dich bewegt dich hast gps reagiert nicht so perfekt noch wie gesagt alles noch in den kinderschuhen das ganze neue das spiel Es ist leider wie gesagt das ist sicher zehnmal mir heute abgestürzt aber ich glaube das liegt daran dass ich halt gleichzeitig Aufnehmen und gleichzeitig das spielspieler ich glaube das überfordert alles ein bisschen das kann uns wahrscheinlich sein dass es daran liegt Oder mein handy ist auch schon ziemlich schwach kann auch sind da habe ich ein bisschen rum was ich noch versucht habe in der straßenbahn zum beispiel Könnte keine pokestops trinken also keine Füllsäulen drehen gar nichts also kann echt eine straße waren ist zu schnell ihr müsst mich ganz normal Gehen also fahrrad fahren wird sicher auch nicht funktionieren und sie wirklich alles drauf aufgelegt dass ihr rumspaziert so wie ich Gerade ganz 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 normal da rechts hat sich nicht soll aktiviert wir sehen wer nah dran kommt Können wir drauf klicken und das drehen das kennt ihr da bekommt ihr items hier zum beispiel ein ei aber kein normales So jetzt später gecheckt das ist kein normales Und weil wir das erste stoppt den heute gedreht haben haben wir extra items bekommen zwar ein antikes ei Das muss die drachen mutter für uns ausbrüten what the fuck Das habe ich noch nie gesehen das muss eine drachen mutter aus es gibt normale eier wie oben sieht Die kann man ausbrüten und dass die antiken eier muss die drachen mutter ausbrüten ich habe keine ahnung was das ist aber ich bin schon sehr gespannt Es herauszufinden gespannt Ich habe es noch mal versucht glaube ich ja ich habe es noch mal versucht nein das geht nicht es braucht eine drachen mutter macht doch sinne Es ist noch mal versucht ich habe es nicht aufgegeben ich habe es nicht aufgegeben wenn wir ja ich brauche eine drachen mutter ich habe keine ahnung wo es eine drachen mutter gibt Noch das muss noch herausfinden ich sage ich habe spieler erst angesehen da fangen wir noch zu einem bärtigen mann man muss natürlich so wie ihn Ich kann halt so mit pokémon go verkleiden wie in pokémon go natürlich Monster mehrfach fangen um genug süßigkeit zu haben um es weiter zu entwickeln Natürlich ganz normaler standard und lasse ich von der uhr links um übrigens nicht ablenken von dem zeichen links um das in den ganzen aufnahmen die ich extra gestalt habe und da wieder neue Und überendet und eine neue starte das spieler abgeschmiert und so weiter der rechts und seite mich bekommen staub wir kriegen erfahrung und bekriegen natürlich weitere candies Da haben wir schon gedreht neben den nächsten genau das war zu weit weg aber da bin ich weiter gelaufen genau Ihr müsst wie ich stehen bleiben müssen wir stehen und noch ein bärtiger mann wie viel bärtige männer willst du denn noch fangen man Ja das sieht man eine spezial fand technik wieder es ist so schwer diesen ball zu wirken aber wie gesagt das erinnert mich ganz normal Den anfang von pokémon go da war es auch so schwer also es wird auf jeden fall sich hoffentlich noch weiterentwickeln das spiel Weil ich mag das mit den aufgaben mit der jagd mit den schaufeln mit den ganzen items die noch sehen wer es kommt noch mehr items Ich habe heute den ganzen tag halt immer mal wieder aufgenommen für euch blöd ich im level gestiegen dabei Und ja da laufen wir wieder rum Und 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 genau was macht was suchst du hier ja wie ihr seht ist noch verdammt viele säulen hier und arenen und bibliotheken zwar Und das ist auch cool den fand ich auch sehr sehr geil Der potty natürlich nicht so coole namen potty versuchst immer aber den curveball aber ich kaum halt einfach nicht ran Es ist so schwer sich da mal rein zu finden aber nach ein paar stunden spielen leute glaubt mir Ihr trefft mit dem ersten wurf ihr trefft mit dem ersten wurf sie stehen natürlich auch nicht alle gleich nahe Sie sind auch nicht alle gleich hoch als manche fliegen über euch also echt hoch fliegen die manche sind weit weg manche sind nahe dran Manche springen die ganze zeit rum wo ich eure items einsetzen müssen so wie die bären in pokémon go zum beispiel unser erstes potty Direkt registriert wir sehen dass die vorentwicklung von dem was ich als haustier besitze und damit rumlaufen Ja schon süß Ja schon süß Ja genau links die vorentwicklung genannt eine entwicklung fehlen uns dann auch die wir echt dann morgen entwickeln also vielleicht im nächsten video mal sehen wie es euch so gefällt hier Schreibt noch gerne mal was ihr von dem spiel haltet Und ob es euch gefällt lasst mir mit einem like wissen wie gesagt es ist gerade Es ist gratis down zu loben im google play store und ios bestimmt auch einfach draconium go suchen Und einfach gratis download das ist mehr geil das ist gerade das macht spaß Glaubt mir es macht echt spaß probiere es einfach mal aus da haben wir ein sehr starkes gefunden muss ich sogar sagen das wird noch ewig da bis das entwickeln kann habe ich gesehen dann es braucht mich schon für die nächste entwicklung glaube ich 50 bombe und also war ziemlich zäh Aber ich habe es gut getroffen sogar beim zweiten ball schon also die belle ist im echt schnell ausgegangen und was ich noch dazu sagen muss übrigens ich wohne nicht mehr stadt nur ich war ja nur heute in stadt arbeiten Ich wohne ja eigentlich so quasi in dem dorf also weiter weg und das sind sehr also im pokémon go zum beispiel sind ja relativ wenig arenen pokestops und so weiter In diesem spiel hier ist verdammt viel dass die erste entwicklung genau mit der fünf geworden sehr schön Jetzt haben wir natürlich auch eine liga freigeschalten dass der 5 erreicht ein bisschen der bronze lirien kommen jetzt kannst mit anderen spielern für die arena und bibliotheken kämpfen und dafür belohungen bekommen Genau also jetzt haben wir den mit level 5 erreicht dass wir in bibliotheken unter denen ein bestarium einsetzen können ein best eine bestie ehrlich sagen genau und es gibt zwei fraktionen hier rot und blau aber wie sie blau ist nicht verfügbar also musste ich rot nehmen ich will jetzt die Automatisch war ja das gab kein team blau es ist noch nicht verfügbar für die vor lustige haben wir das schon normal sein bekommen nein noch immer nicht Danke Da haben wir noch mal so ein kleines da erst so viel rum gesprungen dann musste ich das marshmallow des einhornes einsetzen Oh ja wenn es mal endlich aufhört die ganze zeit herum zu springen und die ruhe gibt Also manche bestien muss man wirklich sehr 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 beruhigen Die sie hüpfen rum Du kannst nicht treffen du kannst sie nicht treffen die springen die ganze zeit nur rum Und ja das muss ich da endlich mal denn das einsam einsetzen Und wie gesagt fleißig am süßigkeiten farben und weiterentwickeln Ich habe hier haben jetzt entwickelt ja genau hier entwicklen wir zum ersten mal die wassermelone mal sehen was daraus wird Eins habe ich noch nicht ganz verstanden das spiel heißt draconium gold Draconius go Und catch a dragon ist der zweite titel davon Ich habe noch nicht wirklichen drachen gesehen ich glaube dass die wirklich starken starken monster hier die drachen sind dann Da bin ich schon sehr gespannt darauf da bin ich echt schon sehr gespannt dass wir über die entwicklung von der wassermelone zu der dame mit zitronen natürlich als ohrringen Und na richtig geilen bananenschale am kopf das muss nicht sein nur ich mit dem erdbeerstäbchen perfekter dann kompletter fruchtsalat bereit für ich Dann haben wir noch entwickelt genau diesen bärtigen hier Unsere alten linie meist habe ich entwicklen genau davon habe ich auch die dritte entwicklung davon habe ich dann gefangen später habe ich aber glaube ich nicht aufgenommen Ja mal sehen was aus diesem bärtigen kleinen mann wird Ein fliegendes hündchen mit schnauzbad Es ist schon knufig man muss schon sagen wir spielen etwas süß bis jetzt wirklich böses habe ich noch nicht gefunden okay also einen das semen nachher noch Es ist fliegendes fucking hündchen mit schnurbad und was soll dazu noch sagen aber kann es doch weiterentwickeln aber ich sage die letzten siegeln habe ich dann angefangen Alles nicht so einfach tun habe ich keinen aufgenommen bei einer stadt unterwegs das übrigens das bis dahin es gibt 125 wesen davon aufgeteilt wie es in verschiedenen farben Und ja nicht vergessen an jedem wochentag erscheinen andere Heute war anscheinend am wasser und pflanzen viel unterwegs vielleicht kommt dann morgen mehr feuer und wind ich bin gespannt Wie gesagt es soll sich von wochentag zu wochentag unterscheiden das habe ich nur gesehen nicht gefangen das ist der blau hinterlegt auch wie im pokémon da das war ich gefangen das sieht auch eine revisionsstufen man sieht hier leider keinen pokédex eintrag Also ich weiß nicht was das für monster ist und so weiter wo es herkommt genau das sagen erstes das erste pokémon bestie was man irgendwie nicht so niedlich aussah ein großer fetter ofen mit riesen mund dem und übrigens auch weiterentwickeln kann das hat mich sehr gefreut da bin ich auch schon sehr gespannt drauf Bock hier weitere zu entwickeln wie man wenn man alle ansehen habe ich gesagt ob jetzt mit oder ohne rechte entscheidet ihr wie sagt wenn das spiel gefällt lassen leichter schreibt mir die kommentare wollte mehr sehen dann werden wir nicht weiter zocken sonst bleibt es bei diesem video bei diesem vorgestellt video und ich habe einfach mal gezeigt was das für ein spiel ist diese pokémon go kopie sozusagen es hat halt wirklich viel übernommen aber es macht das vieles besser es macht vieles besser 6 erreicht wunderschön und das sehen wir schon das nächste das ich finde am coolsten aussieht bis jetzt es ist ein fackig kürbis mit mit der mumie ich bin mir jetzt nicht sicher ob das ist ein heller wie die wände ist aber ich glaube nicht denn ich habe keine heller wie gesehen besitzt also es ist ein ganz normales standard viel und das sind einfach geiler es sieht einfach geiler und war durch wieder geschickt zu fangen weil es ewig weit weg steht und das fangen halt für wirklich er hat geworfen wie ein weltmeister aber also der kürbis kopf besetzt wie gesagt ist mir am liebsten habe ich auch viele davon gefangen ich habe auch viele von diesen bad typen gefangen viele wassermelonen viele von dem kleinen feuer potty ich habe so viel gefangen heute wie gesagt eben um diese candies zusammen natürlich um die süßigkeiten zu farmen mumi wien das ist mami wien natürlich eine mumie mega nice hat noch eine weile entwicklung bin ich sehr gespannt was aus diesem das ist die der beste wird hier haben wir die erste arena wir sind fünf na wir können nicht was reinsetzen da habe ich mal mein stärkstes best meine stärkste beste eingesetzt ich kann euch eins sagen es sitzt jetzt noch drin das war um 12 uhr und ist bei mir gerade 20 uhr im abend und es ist doch immer drin denn es spielt fast noch keine dieses spiel was ein großer vorteil für euch ist ihr könnt euch einen gigantischen vorteil aus diesem spiel also jetzt mal aus farmen wenn jetzt fleißig das spiel zockt hat den riesen vorteil gegenüber anderen es gibt auch heiltränke und beleber hier man kann gesehen kriegt man auch von diesen stops da ein cooles viel gefangen das verdammt stark anscheinend ist ich bin noch nicht sicher aber es ist das flauschhorn allein dieser namen dieser name da habe ich jetzt die zuckersteiger eingesetzt um es leichter zu fangen das hatte schon recht hohe cp für mein level wenn er bis 641 das hat sich groß angefühlt das hat sich wirklich stark angefühlt hat mir aber nehme ich lieber mal die zuckersteine ja auch ein neuer eintrag ganz merkwürdige ep übrigens für gutes treffen 47 gp für gutes treffen ja wenn wir das flauschhorn mega nice und hat natürlich wie gesagt zwei weiterentwicklung ich bin sehr gespannt was aus dem wird und wie starkes wird ich bin echt gespannt ja damit normal ist eigentlich gefunden das kann man in die brutmaschine eine endliche rein tun natürlich muss noch zwei kilometer laufen dann wird es schlüpfen und das antike bin ich auch gespannt wo eine drachmutter zu finden ist da hat mich plötzlich ein wildes eine wilde beste eingriffen eine wilde bestie einfach so random das ist so geil ihr werdet einfach unterwegs eingriffen ich habe keine ahnung was es ist und das war verdammt schwer zu kämpfen denn das haben sie ja auch von pokémon kommen wenn er darauf drückt das display speichert das schon quasi das ausweichen wird dann schwer dann ist schon drauf drücken zum angriff und dann kurz warten dann ausweichen das ist ein bisschen schwer hat auch eine ulti ist weil lange auf dem bildschirm drückt setzt eure und die eins sozusagen unsere zweite fähigkeit ja wie ihr seht ich habe nicht gewohnt sharp tail war zu stark hat auch sehr hohe cp für mein höchstes 141 und dann überrascht mich einfach ein feindliches mit der welt 2a mit cp 262 war ein bisschen fies weil ich kenne die ganzen monzen noch nicht mehr ich weiß nicht welches typ welchen typ sie hat man sieht man jetzt rechts oben aber wusste ich vorher nicht und so weiter ich habe mir einfach weggeknallt ich weiß noch nicht was passiert ganz ehrlich wenn man es besiegt ob man es da fahren kann muss ich erst austesten für euch wie gesagt dann habe ich hier drachensicht entdeckt ein item das ich von level abbekommen habe wenn der drachensicht einsetzt ihr glaubt es nicht das ist so geil dieses item also ihr seht ja diesen grünen radios am boden in diesem radius können monster erscheinen die können sie fangen wenn der drachensicht einschaltet seht ihr dann ganz hinten den feuer links in den potty ganz hinten auf der map die habt plötzlich 30 minuten lang eine gigantische sicht wo ihr auf alles drauf drücken können Seht ihr wie weit weg die sinne wo wir stehen wir können das dahinten fangen so wenn das nicht geil ist da weiß ich auch nicht das ist übrigens auch schon sehr cool aussehen des monster musikern ich fand es echt nicht schlecht war glaube ich stufe 2 wenn ich mich täuschen werden wir gleich sehen wie sagt ja ist ein bisschen längeres video heute der war auch ziemlich schwer zu fangen der hat ganz darum geht es abhält habe ich dann irgendwann aufgegeben nehmen glaube ich ein item gegeben ja Man sieht plötzlich ein großes ein großes viel Willst du noch mal die fangen man will hat echtes viel fangen Ich weiß auch nicht dass andere bälle gibt bis jetzt kenne ich nur diesen ball ich habe noch keinen quasi ist das ist unsere Pokéball sozusagen ich habe noch keine super ball gesehen kein hyper ball und so weiter von pokémon es gibt nur diesen ball besetzt bei mir ich bin jetzt 7 oder 8 glaube ich Bis jetzt nur diesen ball haben wir nicht das ist viel gefangen oder nicht noch immer nicht Ich weiß gar nicht ob es abgehauen ist es ist noch da ich werfe da ganz super Genau da habe ich zugestanden geben damit es sich leichter fangen lässt Ja gehabt das wird's glaubt das wird's leute Wie sieht rechts haben wir schon 14 uhr also ich habe immer so zwischendurch aufgenommen also bisher gerade zeit war mal ganz kurz wie es gemacht Ja glaube ich 20 videos die ich gerade vorher zusammen geschnippelt habe extra für euch und da haben wir den riesigen Hühnchen dino ich weiß noch nicht was das ist ich kann so eine zweite entwicklungsstufe ja Wir sind die letzte stufe hat ja kostet 100 candies da muss noch lange farben ich bin echt gespannt was aus diesem wird da Ganz hinten auf der web habe ich noch den kleinen Feuer kralle gesehen Also ich habe hier sehr viel gefangen ihr müsst euch vorstellen wenn diese drachensicht einschaltet das gebiet um euch rum ist so riesig wo Ihr monster fahren könnt das ist der wahnsinn Und es gibt dann noch eine besonderheit die man es auf der map gibt es gibt nicht nur bestien zu fangen nicht nur arena nicht nur bibliothek nicht nur quest steine nicht nur Drachenmüter Also noch alles nicht nur füllen soll sondern auch schatzkisten die map hier ist so geil voll leute Da wir ein zauberer item raus zu bekommen Und ein cp was cp ist weiß ich noch nicht habe ich nicht rausgefunden der kurzen zeit Wo dann liegt noch etwas neues das so eine art schildkröte mit hören ich hätte sie verdammt cool aus Es sieht verdammt cool ist da ja auch das städchen gesetzt genau das leicht zu fangen Ich hatte schon ein bisschen panik manche nicht zu fangen denn es gab so wie bei pokémon go ratzfratz taub sie und so weiter gibt es Sander mehr aber sowas wie das hier zum beispiel habe ich nur einmal heute gesehen da muss ich mal das zucker stänkchen einsetzen Ja, es ist echt cool das bislang schildkröte Mega mega nice damit das spiel wirklich spaß gemacht den ganzen lagen ich habe immer nur zwischen gespielt ein paar minuten aber es hat mir Faktion spaß gemacht zwei zweite entwicklung wird dritte dann sehr gespannt Da haben wir noch genau von frosch die zweite entwicklung gefangen Haben wir den frosch nicht entwickeln müssen nur das treffen der jetzt ganz nahe dran aber ihr trefft ihn fast Ihr müsst so viel üben hier bälle werfen bälle werfen ist wirklich das a und o So muss man so 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 fucking hat trainiert Aber den frosch haben wir auch gefangen sehr schön neuer eintrag war ja das die weiterentwicklung wie gesagt seht ihr links unten der frosch daneben dass das war die weiterentwicklung das sind die kleinen anfangs monster anscheinend die Ja, wenn man eine entwicklungsstufe haben und nicht wirklich stark werden sie lustiger und seinen klubschrauben und da sind wir 7 bekommen rechts und mit items direkt Was sieht man hier gar nicht noch eine drohe gefunden leute in zweiter drohe Da war auch wieder eine rune drin für zaubern und noch mal drachen sich das item also ich habe drachen sich quasi eingesetzt Und habe jetzt noch mal drachen sich bekommen für zum beispiel morgen kann ich noch mal drachen sich einsetzen und wieder extremen radius neue monster fangen Da war so eine kleine ich weiß nicht was das war Gewesen ist kann sagen ist das eine biene mit honigtopf oder was soll das darstellen ein bisschen verriert Können gerne mit mir in den kommentaren mitraten was das für monster sind hat sich jetzt schwer fangen lassen obwohl es grün ist wie gesagt dieses treffen treffen erstmal Aber da haben jetzt vielleicht fangen wir es auch jetzt direkt so kleines bienchen du deinem töpfchen Also recht knufige spiel bis jetzt wie gesagt ich habe noch keine bösen großen monster gesehen kommen aber hundertprozentig noch das kann ich mir gut vorstellen das heißt nicht umsonst catch a dragon Ich bin echt gespannt wie groß die alle werden und so weiter Ich bin nicht gehypt also ich bin ich bin ich bin sehr interessiert ich will mir auch gar nichts ansehen was es alles gibt man kann sicher irgendwie ansehen wie der ganze das ganze pstarium gefüllt aussieht ist der pokédex Ich will einfach ich will selbst entdecken wie sie entdecken lusten und das ist das geld Ich bin gespannt was aus diesem monster wird wenn wir ein feuermonster auch sehr nice dann haben wir noch ein kleines vögelchen ein piepmatz ich habe alle hat ich habe alle neuen monster für euch aufgenommen die ich heute so gefangen habe und die was ich doppelt und dreifach gefangen habe ich dann nicht mehr aufgenommen das wäre viel zu viel gewesen alles ich habe einfach nur süßigkeiten gefahren und ich sage jedes neue monster dass ich gefangen habe habe ich für euch extra aufgenommen mega Ich hoffe es gefällt euch wie gesagt lasst leicht aber jetzt gefällt und schreibt es mir kommentare dass ich weitere folgen bringen soll oder lassen wir es bei dieser einen pokémon go kopie folge so zu sagen das finde ich auch weiterentwicklung und übrigens was kann ich eine oder zwei wenn wir gleich sehen zwei mal okay da bin ich auch sehr gespannt wenn die zweite entwicklung schon 50 candies kostet musste sein gutes sein damit noch ein kleines ja was auch immer das sein soll eine koralle ist das eine koralle wahrscheinlich hat eine muschel am kopf es sieht aus wie eine koralle mit muschel am kopf bin auch sehr gespannt was aus diesem monster wieder für ein monster werden wird Ich bin einfach neugierig ihr wisst ihr zum beispiel pokémon go oder ihr kennt die pokémon alle also ich zumindest ich habe alle pokémon immer schon gekannt und das hier ist komplett neu Es ist einfach neu ich bin wieder wie ich will auch unbedingt wissen was es ist ein kürbis viel wird unbedingt das war die weitere genau dann muss ich die vor entwicklung noch hinten und da ganz hinten war ein kleines fischi Das sah aus wie ein stäbchen ganz weit weg das war so weit weg dank diesen drachensicht items aktiviert habe habe ich sogar das gesehen also krass echt krass wie weit man damit fangen kann leute und er hat aber das kleine fischi auch gefangen ich dachte zuerst das ist ein ein pokestop sozusagen aber es war doch fischi ziemlich süß da glaube ich die erste entwicklung von drei oder so über was serien also die namen ja bei der ersten wirklich ja mega nice mega nice da habe ich noch mal kurz in der reine guckt ja mein monster steht noch immer in der arena ziemlich nice der leute das war das video schon sehr weiss wir sind durch leute so viel quatschen und ja dass man einen neuen monster heute gefangen habe wie gesagt wenn ihr mehr sehen wollt schreibt obericht in kommentare damit ich mehr aufnehme und nicht zu verpassen wollte lassen von abo da schaut gerne mal einer anderen spielen vorbei dann hat es euch gefallen wie gesagt lasst leichter bis jetzt beim nächsten mal viel spaß